den bio gefahrgut behälter aber ich glaube das fuchs ist bei live glaube ich nicht unten clear auch clear neben dem bett also mittlerer bereich nein du hast nicht hingeschaut das war doch nur ein spaß kommen nicht die harten geschütze es tut mir echt leid bitte verzeihen er will sein kollegen paulo der boss oder was ich glaube schon wenn der konnte ist die geschichte dann hat der pause poste ich irgendwo bei uns im forum beworben bei der lpg und da habe ich gehe rein und welcher puls die klotzen am besten rein holen vom flügel vorne durch holmes vorne durch der hat die position gewechselt hat hier links eine rauchbombe liegen deswegen jetzt steht er hier links steht er links steht er steht ist am fenster ist tot der ist tot der links weg ist sieht man vom flügel aus die posi nähe einer steht oben treppe vor mir ist einer im gebäude kapkan der dürfte ja jetzt nur 80 prozent live haben rot bandit ist beim gweezy einer ist auf dem weg zu euch hinter gweezy ja das ist das ist gerade der scheiß war das schlecht hat der im pinken skin er ist dauernd bei physien das noch einer einer ist noch hinten mehr mehr als dauernd war das der hier mal ist ja okay einer hat gerade rausgepiekt einer ist ganz hinten am arsch ja so dürften alle hinten sind er läuft rüber rüber ich glaube man ist bei dir haben getroffen genau seine kifte ich wollte noch schießen was soll die scheiße hat kein bock auf euch die schau user disconnected from your channel er hätte eh keine chance mehr gar weg der kam von der einen seite ich von der anderen seite er ist denn jetzt abgehauen kann ich wieder mitspielen achso ja klar machen voll auf mein handy ist das abrad hier ich dachte jetzt kommt mir so ein spruch scheiße voll in die monsterdose bist du bescheuert alter wir müssen dir in biogefahrgut der älter das kann ich nicht weißt du das ist ja von dem ich echt ewig nix mehr gehört habe ja auch lange nicht mehr im stream war kleiner mutter keine ahnung daran wer denn die tattel eine eines drin von simulator play von marvin hitsch hat ihn noch verjagt verjagt ja nach der röhung war es stimmt hat irgendwie scheiße geboren hat hitscher gesagt hier ich habe auch ich habe gar nichts gesagt halt die fresse du brauchst nie wieder im stream vorbeikommen und so hitscher alter was ist denn los heutzutage mit hier nur am stänkern nur am beleidigen ja dann erzähl doch richtige sachen und erzähl keinen scheiß hitscher das war ein spaß aber was war denn keine ahnung wo es war alter vorne kommen sie rein vorne da bin ich da bin ich guck noch wachtungs immer noch glas hat einen aufgehoben achtung freezing ich lauf vorbei ja da kommen welche rein das kann aufgegangen ach ja holmes die tür geht da auf ne da wohnt ich hin ja schlampe wo ist es doch dass ich hier bin oder direkt geblieft also ja noch ein bisschen hatten seinen eierkopf gedrückt haben meine kuckuck rutsch aus dem wald also ich sehe es nicht im flügel und nicht auf der position unten an der treppe ist einer ja da unten er ist nach rechts scheiße bei uns ist die ding aufgegangen ich glaube nicht ich glaube nicht wenn es schlimmer wird sagst du bescheid ja das war der nicht das war ja nicht das war ich gut das war echt gut ja das war schon neustach war ja ich hab zack habe ich den da unten weggebummst hingegangen den easy peasy lemon skis hat schnell verhört oben ganz vorne hallo sehr schön der video gefragt und behälter wurde lokalisiert oh bandage hallo ich bin rein lösen party auf Das ist Bio-Gefahrgut, wer hält das? Okay. Okay. Krass. Ach, immer drängelst dich einer vor, jetzt wirst du in der Freezy laufen. Guck auf meinen sexy Arsch, Alter. Den Henkie, Alter. Den Henkie aus deinem Arsch. Oh ne, das war der kleine Fischer. Da ist einer. Rechte Seite abgehauen. Wurde von mir ein paar Mal angeschossen. Ich mache mal Uff. Rechte Seite. Auf dem Sprengbereich. Ja, Cockpit ist Kaffee, aber... Der ist nach rechts rüber holen uns. Der ist angeschossen. Ich wechsle Magazine. Kann ich aufmachen? Ist er links noch drin? Rechts ist, rechts ist der Manus, rechts. Ja, ob links noch einer ist, war ja die Frage. Keine Ahnung, ja. Ich fahr mal eben mit der Drohne, warte mal eben. Richtig. Drohne ist bereit. Geh hier in der Ecke, wartet bitte. Eben ganz kurz. Da kommt der vor. Warte mal eben. Das war nämlich der Linker. Da ist noch einer, noch einer. Und das war der Rechte. Oh, die kann wir ja, genau. Ne, kann wir ja auch. Hinter euch, hinter euch. Ich hab doch gesagt, warte mal. Lass noch, da ist noch einer. Ach, schieß den doch. Ich stehe doch beide vor uns. Taiger, komm. Hinten wir uns. Der ist runter, der ist hier runter, Taiger. Der ist runtergesprungen. Feindliche Aktivitäten. Mitlich unses Behälter-Sortfahren, sobald die Bedrohung neutralisiert ist. Letzter Verblemer. Okay, ihr habt noch einen Gegner, komm. Was machen jetzt? Der ist nicht reinkommen. Gesichert. Okay, gesichert. Ah, lol. Ihr wart schon auf sichern, ey. Wer hat denn jetzt gesichert? Ich. Achso. Komm, du holst die Runde. Hi, Uwe. Und Füßi? Ja, was ist das? Jetzt musst du gucken. Ja, und dann, oh, diese neuen schönen Kekse hier. Diese Einhorn-Kekse. Die sind so lecker. Und diese Schokoladenwurst. Ja, und jetzt guck dir die. Komm schon, gib mir was. Na scheiße, ey. Ich krieg dir ja wieder kein Package, ey. Du bist so ein Huso, ey, von Dreckscheibe, hier.